Erleben Sie hier demnächst, der Graf von Monte Cristo. Erleben Sie den fantastischen Stacy Fairbanks in seiner größten Rolle. Er war der furchtlose Archäologe Professor Federniddle in Mumie des Grauen. Um Gottes Willen, Sharon! Lauf! Lauf um dein Leben! Sie alle kennen ihn als den Husaren-Cretignan in Degen der Vergeltung. Die Königin, verteid dich mit meinem Leben! Alle waren begeistert von seinem Inspektor Thunderbull in Gesetz der Gosse. Sie werden noch beten, Don Spaghetti, Sie hätten sich nie mit mir angelegt. Nun ist er der Graf von Monte Cristo. Erleben Sie Fechtszenen! Sehen Sie die bezaubernde Romanze! Oh, Edmond! Nie zuvor brannte in meinem Herzen solch ein Feuer der Leidenschaft! Niemals werden Sie uns trennen! Nie! Und die Hochlose trinken! Er hat Glück! Viel Glück! Es war zu viel Glück! Erleben Sie an seiner Seite Eleonora Roulet, der Star aus Paris im Champagnerrausch! Es ist ja so schön, durch die Gärten hier zu gehen! Sie war die Kurtisane Roti in Lotosblüte ab morgen! Ich werde auf dich warten! Und bei deiner Rückkehr wird mein Herz vor Freude erstrahlen, wie das Erblühen einer Lotosblüte! Nun ist sie Mercedes Dominion! Sehen Sie abenteuerliche Verwicklungen! Wohlan, Gube! So lassen wir die Degen sprechen! Und Verfolgungsjagd! Schnell! Hier entlang! Erleben Sie in weiteren Rollen Marc Himmelmann und Sébastien Uther! Eine Geschichte voller Abenteuer und Romantik, die Sie begeistert wird! Der Graf von Monte Cristo!